Ja, interessant. Ich habe Kim vermisst, muss ich sagen. Ich bin froh, dass er wieder dabei ist. Bist du der... bist du es? Hi, Gendarme. Ah, du bist es. Ein anderes Rendezvous. Ja. Da ist er wieder, der Raucher auf dem Balkon. Direkt hier im Whirling in Rex. Ähm. Hallo, ich rücke meine Krawatte zurecht. Hallo, hallo. So, was bringt dich hier? Was machen Sie hier? Ich bin hier, um den Laden aufzumischen und den Fall zu lösen, an dem ich arbeite. Well, here's to you. Er prostet dir zu, bevor er an seinem Getränk nippt und Schaum seinen Mund benetzt. Erzählen Sie mir nochmal von diesem muskulösen Typen, der das Verbrechen untersuchen wollte. Haben Sie uns davon erzählt? Oh, ja. Let's see. Er knuckte an meine Tür ein paar Tage nach dem lynching. Ah, ja, okay. Ich glaube, er ging durch das ganze Gebäude, um Fragen zu fragen. Was haben Sie ihm von Ihrem Sonntagsfreund, dem Zeugen? Wie hat er ausgesehen? Ein anderer Söldner. Ein anderer Söldner. War er allein? Ja, aber er sprach mit jemandem auf seinem Ohrhörer. Sein Ohrhörer. Ja, du kennst die kleine Speaker-Mikrophones, die manchmal an der Sicherheitsguards benutzen. Was hat er gesagt? Er hat nur noch andere außergewöhnliche Merkmale, außer dass er muskulös ist. Oh, lass mich denken. Er hat einen Akzent. Er klingt wie einer dieser Mercenari. Er klingt vagell Oranese. Ja. Nein, nicht vagell. Schrapp das. Er klingt definitiv Oranese. Danke für die Informationen. Klar. Irgendwas anderes auf deinem Gehirn? Oh, eine Kommitee. Wie interessant. Und wenn ich mich fragen kann, Gendarme, was ist diese Kommitee? Er nimmt einen wohlüberlegten Zug an seiner Zigarette. Es geht darum, La Responsabilité zuzuweisen. Gott, natürlich ist es. Er klopft sanft mit dem Zeigefinger auf das Endstück seiner Zigarette. Er hat vielleicht etwas erwähnt, um eine Tour von historischen Städten auf dem Kost. In einer unofficialen Kapazität, natürlich. Küstenaufwärts gelegenen historischen Städten. Äh. Also, dann auf der anderen Seite? Corsi? Wissen Sie, wann er wiederkommt? Keine Ahnung. Ich bin nicht als Agenda-Kiefer, Sie sehen. Ich glaube, Sie werden. Dann hält er den Kopf ganz leicht zu dir nach vorn. Ich habe Ihren Sonntagsfreund getroffen. Ja. Sie mag ich lieber. Ah, schau. Warum nicht? Wer ist der? Ein Visitor aus dem ersten Welt. Er ist nicht wie du und ich, Gendarme. Wohin zurückkehren? Zu seinen Möglichkeiten in Occident. Sur la clay. Still. Sein Gehen und Gehen bringt etwas Leben in die Stadt. Oder ist es nur Geld? Ich weiß nicht. Freunde, ich habe dir gesagt. Sonntag-Frienden. Freunde, die von Zeit zu Zeit zusammenkommen. Ich glaube, er wird nicht da sein, wenn die Zeit schwer werden. Ich glaube. Warum war er denn mitten in der Nacht in ihrer Wohnung? Okay, das ist ein bisschen privat, die Frage. Er hat die Beine. Und er mag die Sicht. Auf die See, ich meine. Ich will nicht über andere Leute reden, sondern über sie. Hm? Was hat es mit seiner Art, sich zu geben aufs Eingang? Wir probieren es mal. Was hat es mit seiner Art, sich zu geben auf sich? Könnte sein? Ich meine, es ist ja, also es ist eigentlich egal. Der homosexuelle Untergrund? Der Raucher setzt sich sofort gerade hin, seine Augen weiten, sich belustigt und verwundert. Ein honigsüßes Lächeln bleibt auf seinen Lippen zurück. Ja, ich will mehr über diesen homosexuellen Untergrund erfahren, zu dem sie gehören. Oh, es ist eine Freude-Gruppe. Eine Freude-Gruppe, die in Zellern unter der Koffer des Nachts kongregiert in Zellern unter der Koffer des Nachts. Saturday-Nacht. Sometimes sogar Friday-Nacht. Oder Thursday-Nacht. Sometimes the Congregating doesn't even end. It carries on into our daily life. Oh, we're ambitious. We want to destroy the last vestiges of meaning. The last things people in Rebashal have to hold on to. The true symbols of security. The meaning of man and woman, mother and father. Their marriage. Everything will be constantly shifting and moving under our rule. The future will belong to a circus of identities just spinning around, surreal and unreal. You won't even know who you are anymore. Hat das irgendwas mit Disco zu tun? Yes, we listen to a lot of Disco. Some say we engineered Disco to spread our vision of a vertiginous, ever-changing society. Where all there is, is a razzle-dazzle of gold. We are going to change the family unit with all this razzle-dazzle and finger-dancing. And with mysteries. Of course, the mysteries are also of sexual nature. Very esoteric. Disco gefällt mir. Vielleicht sollte ich mitmachen. You can't just get into it. You have to be born into it. One is either already in the homosexual movement. or forever excluded from it. Sure thing, Officer. What do you want to know next? Goodbye, Gendarme. Goodbye. Wir haben noch zwei Sachen. Oh, wir haben auch zwei Fähigkeitspunkte tatsächlich. Krass. Lebewesen auf Magnesiumbasis. Es ist allgemein bekannt, dass Menschen kohlenstoffbasierte Organismen sind, die kleine Kohlenstoffröhrchen zu komplexen matschigen Gebilden verbinden, die zu Gedanken, Liebe und Fortbewegung fähig sind. Des Weiteren ist bekannt, dass diese Gebilde manchmal Ethanol, Amphetamine etc. konsumieren, um Linderung zu bewirken. In solchen Fällen ist es wichtig, den Körper zusätzlich mit Magnesium zu versorgen. Müde? Mac hilft. Niedergeschlagen? Zeit für Mac. Leberschaden? Maximales Mac. Manche Leute behaupten, dass Magnesium nichts bewirkt, bis du einfach nur aufhören musst. Was sagen wir diesen Leuten? Und homosexueller Untergrund. Du siehst nachts geheimnisvolle Fremde. Sie lehnen an unbeleuchteten Eingängen und unterhalten sich gedämpft. Eine zwielichtige Kabale, die Blicke austauscht und in dunklen Gassen und an nicht markierten Orten miteinander flüstert. Eine radikale Zelle, die einen Komplott gegen den Staat schmiedet. Vielleicht sogar gegen Mann und Frau. War das ein geheimer Händedruck? Was soll das? Wer sind diese geheimnistorischen Leute? Wie werden sie ihre unheilvollen Ziele umsetzen, mit denen sie die Welt verändern wollen? Und was am wichtigsten ist, gehörst du zu ihnen? Möglich wäre es. Vielleicht hast du es nur vergessen. Was davon sollten wir erforschen? Ich meine, das schaltet vielleicht Gesprächsoptionen dann einfach frei, wenn wir in die... Dass wir dann in eine homosexuelle Richtung einfach gehen. Ich würde natürlich gerne alles einmal freischalten. Oh Gott. Ey, es gibt so viele Gedanken. Hier unten sind die, die wir weggehauen haben. Es gibt so viele, die man hier quasi entdecken kann. Das ist ja krass. Wir machen mal das mit dem Magnesium. Oh, ja. Natürlich. Falsch halten. Verinnerlichen. Und den anderen würde ich mir erstmal lassen, für den Fall, dass wir hier was aufwerten müssen. Ja. Die Aufträge überprüfe ich nochmal gerade. Damit wir auch nichts vergessen, irgendwie. So, hier müssen wir gucken, ob wir den irgendwo an der Küste zufälligerweise treffen. Küste. Dafür müssen wir in die Kirche für die hier mit Eierkopf. Ja, können wir dann auch nochmal reden, wenn wir da vorbeikommen. Okay, müssen wir die Leiche geben. So, hier haben wir auf jeden Fall zwei Sachen, wo wir mit Taitis reden müssen. Das sollten wir direkt als erstes machen. Dann nach, genau, danach sollten wir Joyce Bericht erstatten. Hier, die Jacke können wir ihm zurückgeben. Tja, wir haben die Spirituose. Kann man die trinken? Ich weiß es nicht. Arbeiter, ja. Das hängt alles mit dem zusammen, was wir... Moment, das hier machen wir... Mit den anderen Sachen schließen wir das hier quasi ab. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Mache eine funktionierende Schusswaffe aus, die Munition des Kalibers 4,46 mm verschießt. Aha. Du könntest zuerst die Kugel identifizieren. Ja, das haben wir. Danach musst du eben die Augen aufhalten. Okay, und dich in Geduld um. Das heißt, im Grunde müssen wir einfach diese Waffe finden, die dann die Mordwaffe wahrscheinlich ist. Ich glaube, hier müssen wir mit Joyce dann drüber sprechen, richtig? Karaoke. Ja, vielleicht machen wir es dann einfach heute Abend. Die Rüstungsteile, alles klar. Das sind unsere Aufgaben, das heißt, wir reden zuerst mit Titus. Mehrere Sachen, tatsächlich. Auf dem alten Fischmarkt, auf der anderen Seite der Bucht, befindet sich eine katatonische alte Dame. Sie braucht Hilfe. Ey, meine Stimme. Die kackt immer noch manchmal ab. Was ist das, Kauper? Du willst uns jetzt helfen, kleine alte Frauen? Ja, möchte ich. Du bist die lokale Läu-Enforcement, nicht wahr? Du, hilfst den Zivilisten, die unter Ihrer Jurisdiktion zu helfen. Ja, ja. Wir werden jemanden hervorrufen. Wer ist das? Warte. Das sind die Pigs, nicht wahr? Ja, genau die. Gott. Pohre Frau. Nichts, warte. Wir werden das behandeln. Ich glaube, sie hat ein paar Familie. und kooper auf auf. Oder so. Die B�ine hat sie sich selber hin. Sie hat sich auch heartiges. Hey, Wanns Verrott's B-Team Looking for her the other day? They said something about her... I don't know. Finding something? Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß aber. Ich glaube, sie hat etwas von dir. Bitte. Whatever you do, do not admit to these punks, you lost your gun. You will suffer if you do. Als ob ich das hinbekomme. Ne, sie hatte nichts von mir. No? Well, whatever then, Copper. Titus gibt sein Bier herunter und wischt sich den Mund ab. No. They totally said what it was. What was it? Anyone remember? Eugene, sei leise jetzt. I don't remember. I was fucking tongue. Let me know, if you figure it out back there. Now, anything else we can help you with. Hmm. Wie heißt sie denn eigentlich? Ich meine in Wirklichkeit. Auntie LaPlante. We always called her. Something LaPlante. Marianne, amigo. Sagt er und gießt sich ein weiteres Getränk ein. Marianne LaPlante. Was? Wer war sie? Was? Like, vorher. Just an old lady. Her children wurden seit Jahren zurückgezogen. Sie aldrig nahm Bes зв Harmzw Ex Volt. Sie aldrig nahm Bes ghost. Sie kam nichts. Sie wurde gern weg. Sie volken mitdlehängig auch. Wir sind Mathis. Wie ist sie so geworden? Jemand, der die Welt gerade biegen will, bevor sie untergeht. Schon mal darüber nachgedacht? Nein, ich habe nicht. Weil ich nicht so dumm, Polisante. Ja, Carl. Das ist ein ziemlich weirer Scheiß zu sagen. Die Pigs sind ein bisschen weirer. Aber was, was dich durch den Tag kommt. Was ist hier? wahrscheinlich ist es so gewesen danke für ihre mein gott danke für ihre hilfe bei dieser sache teilt es okay ich habe mit klasse gesprochen jetzt muss ich mit ruby reden er lehnt sich zurück und beobachtet dich neugierig ich werde ehrlich zu ihnen sein sie ist das nächste griech in der kette die mich zu lillys mörder führt das habe ich damit nicht gemeint als die letzte silbe seine lippen verlässt wirft er einen blick zu titus der große kerl seufzt ich verstehe dich ja irgendwo und ich mag dich auch aber ich würde es gerne gerne sehen was steht das war halt ihre idee das so zu inszenieren aber können es einmal versuchen ich bringe eine stichhaltige theorie vor warum ruby die schuldige sein könnte nein nein wir schaffen das ich knall für die augen zusammen sorry you're not coming up with anything again the pieces are there she could have done it somehow something else walla walla bing bang it's just not coming together walla walla bing bang i don't know what it means but it felt like the most appropriate thing to say that's what the witch doctor would say at least warum bin ich so ein idiot ich knall für die augen noch intensiver zusammen still nothing but that's okay this doesn't have to turn to some kind of meltdown you're just a cop taking your time to present a theory ja wir werden später noch mal versuchen why does puzzle face get to not melt down you and i melted down like crazy remember shush i'm just more level headed than you that's my thing let's look at this as a learning experience what are the components you need to implicate ruby his wife left him he needs to kill himself make her sorry she did warum sollte ich das jetzt sagen ich will nur hören woraus die theorie besteht smart move the components are access to the roof weapon and motive here is what you can do to make it easier come on guys wow you've been very thorough there's nothing else to add just crack that classier's defenses maybe she'll tell you something helpful also you should say i need to kill myself and it's all over auf no no nothing good will come of it he did the right thing not saying that the last time just do what the nice helpful guys said and don't do the bad things it's that simple unless we have more business we should er sieht zur türe hin über say hard to remember with your brain in overload but have you smoked lately a cigarette may help you yes puff and puff and blow this case wide open wir werden sehen jeder mal wieder werden später noch mal versuchen vielleicht schalten wir irgendwas anderes frei was uns hilft vielleicht wirklich wenn wir mit klasse noch mal reden FT du oh v w w w